Achtung! Apollo hat die Gefahreneindärmungstufe auf. Als ob wir hier ne Pumpgang finden! Danke! Wie geil! Was geht meine lieben Freunde und willkommen zum nächsten Part von Alien Isolation. Inzwischen auch schon der 20. Part. Mein Gott, wie schnell vergeht doch die Zeit. Es kommt mir vor, als hätte ich vor, keine Ahnung, 6-7 Monaten den ersten Part gemacht. Naja, auf jeden Fall. Wir haben es geschafft, aus dem kaputten Teil der Station zu entkommen, über die Rettungskapsel. Und ich wette mit euch, das Alien hat sich irgendwie drangeknallt und drangekrallt und befindet sich jetzt hier immer noch mit bei uns. Auf der Raumstation. Genau, jetzt ziehen wir uns erstmal um und schauen mal, wo wir hier gelandet sind. Oh. Hallo? Hallo? Hört mich jemand? Replay? Sind Sie das? Ja, warte. Ich! Sie! Absolutes Arschloch! Sie haben mich eingeschlossen! Sie haben das Labor in den Weltraum gefeuert und... Ich hatte keine Wahl! Überhaupt keine Wahl! Sie haben das Ding gesehen! Sie haben gesehen, was es anrichten kann! Ich musste es von der Station kriegen, ganz egal wie! Ja! Mit mir als Köder! Zum Verretten! Es hat verdammt nochmal funktioniert, Replay! Es hat funktioniert! Ich habe das Ding erwischt und es in den Gasriesen geschleudert! Die Station ist sicher! Das zum einen! Und zum anderen sind Sie ein herzloser Schweinehund! Ich komme zurück ins Büro! Da können wir Ihre Vorgehensweise genauer besprechen! Replay! Ende! Okay, schon krass irgendwie, aber das erinnert mich doch auch an die Filme ein bisschen. Ne, warte mal, in den Film war das eigentlich gewesen, die wollten... War das nicht so, dass fast in jedem Teil eigentlich die den... Hä? Tasten bewegen? Geht ja nicht. Ah doch, hier. Dass Alien irgendwie... Ja, einfangen wollten, ne? Wegen naturwissenschaftlichen... Oder militärischen Zwecken natürlich. Das kann hier wahrscheinlich auch noch vorkommen. Wollen wir mal gucken. Ich gehe jetzt mal nicht... Okay, gut, ich kann jetzt trotzdem mal kurz hier reingehen und gucken, was ich hier so finde. Vielleicht finde ich ja noch Munition oder so. Ein bisschen Bindemittel. Ja. Habe ich mir gedacht. Viel mehr sehe ich jetzt auch nicht hier. Ein bisschen Schrott und so. Ja, gut, okay. Jo, wir müssen wir so oder so da durch. Aber finde ich angenehmer, hier durch die Stationen offen zu können, ohne gleich Angst haben zu müssen, dass das Elio von der Decke runterspringt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wo muss ich denn jetzt lang? Zeig mal her. Ach so. Aber wir waren hier sowieso schon mal gewesen. Okay. Kann sein, dass ich mich daran erinnere. Entschuldigung. Ja. Müssen wir hier runter, hm? Als ob wir hier einen Pumpgang finden. Wie geil. Eine Schlüsselkarte und ein Pumpgang. Oh, ist ja mega. Bringt uns das was gegen das Alien echt? Ich glaube eher weniger, oder? Vielleicht können wir es damit trotzdem irgendwie verscheuchen. Alles gut, Leute. Das Geräusch hat nichts zu bedeuten. Denn wir wissen, ja, das Alien, das ist tot. Das ist nicht mehr da. Was haben wir hier? Nichts. Kann man nichts machen. Das sieht aus wie an einem Flughafen hier. Ich habe mir jetzt übrigens neu auch eine, ähm, eine neue Streaming-Kamera bestellt. Also eine neue Webcam. Also Webcam, das ist ein, ja, eine extra Streaming-4K-Kamera. Bin ich mal mega gespannt, wie die, ähm, Auflösung von meinem kleinen Bildchen hier dann sein wird. Da kann ich auch mal ein bisschen, ähm, meine Fresse ein bisschen größer zeigen, ohne dass das so total verpixelt ist. Warte mal, muss ich hier lang? Schon, gell? Ne, ich laufe komplett in eine andere Richtung. Nehmen Sie den Aufzug. Ja, ist ja cool. Aber ich will trotzdem kurz mal gucken, was wir hier finden können. Wie gesagt, ich finde es gerade angenehm, dass wir hier mal durchlaufen können. Ohne, dass das Alien uns an dem Arsch hängt. Oder dass wir kriechen müssen. Oder durch irgendwelche Abflussrohre oder Lüftungsschächte. Uns durchkämpfen müssen. Ey, stellt euch vor, wir waren am Anfang die ganze Zeit hier gewesen und haben die Pumpgang einfach übersehen. Aber ich glaube nicht, dass das so war. Sensor. So ein Unterwäschekatalog ist das doch, oder? Ach ne. Ne, ne, doch nicht. Hab mich geirrt. Tut mir leid. Vielen Dank auch nochmal dafür, dass das letzte Video so gut bei euch angekommen ist. Da habe ich ein paar richtig nette Kommentare gekriegt. Freut mich natürlich jedes Mal, wenn ich sowas lese. Das motiviert mich. Das ist das, was mir die Energie gibt, weiterzumachen. Jetzt muss ich trotzdem nochmal gucken. Aha. Ich muss da irgendwo rechts. Okay. Hab verstanden. Ich muss hier doch irgendwo, hier muss irgendwo an der Tür sein. Ach da. Die Schlüsselkarte habe ich ja von dem, von dem toten Deppen da genommen. Erst mal ein Schluck Kaffee nehmen. So. Jetzt nehme ich noch früh am Morgen. Wir haben es, wir haben es 10 Uhr. Ich muss heute nicht arbeiten. Das ist schön. Wir leuten nicht hier sein. Och nö. Ist das dein Ernst? Komm her, du Bastard, Alter. Nein, ich hab doch... Bist du dumm? Ich hab doch einen Elektroschocker genommen. Das ist noch einer. Nein. Nein. Ey, ich stirb gleich. Ich muss aufpassen. Das sind tatsächlich zwei. Ach komm, laber nicht, du willst mir nur helfen. Bitte sagt mir, dass wir hier reinkommen. Uh, schnell. Mal gucken, wohin. Das stimmt. Mann, der rennt nicht. Tschüss. Bastard, ey. Okay, ähm, wo war ich denn stehengeblieben? Was habe ich jetzt gerade gesagt? Ah ja, nee, das war nicht das gewesen. Ich weiß nicht mehr. Scheißegal. Ähm. Hat schon mal gespeichert. Nicht dank Waits. Gehen sie zum Marshalls Büro. Jo, das ist schön, dass der uns so geholfen hat. Aber wir haben wieder fast keine Leben mehr. Kann ich mir ja nochmal ein Medikit bauen? Wir haben hier zwei. Halte. Ach man. Ach so geht das. Muss ich mir jetzt nicht erklären lassen, warum. Ach, egal. Ich hab's. Ich, ich, ich. Haben wir hier noch irgendwo, ähm. Geil wär's, wenn ich natürlich Flammenwerfer-Munition finden würde. Ja, war mir klar. Oder ne Karte halt. Das wär auch schön. Hm. Spiel nochmal aufnehmen, oder? Ja, das wollte ich nochmal gucken. Hätte mich richtig erschreckt. Da, hier. Das hab ich gemeint. Cool. Okay, gut. Ich bin mir fast schon sicher, dass das Alien nicht tot ist. Was bin ich nicht willkommen? Willst du mich verarschen? Bist du behindert, Alter? Was schießt denn die auf mich? Der kann gar nicht auf mich schießen. Hör doch auf. Bist du dumm? Wird mich nicht wundern, wenn gleich das Alien hier durchkommt. Kommen die jetzt zu mir gerannt? Ich muss ja hier durch. Ne, gut. Dann muss ich wahrscheinlich hier irgendwo lang, oder? Ne. Da gibt's ja gar keinen anderen Weg. Zum Raumfahrt-Terminal. Muss ich da hin? Also, theoretisch gesehen muss ich hier die Tür eigentlich aufkriegen. Ich bin weg. Ist ja gut, ey. Nun glaub ich, dass noch so viele überlebt haben nach dem, was hier auf der Station, wo ich gewesen bin, alles passiert ist. Die Tür ist verschlossen. Aha, von da bin ich gekommen. Nein. Wie komm ich denn da weiter? Das kann ja nicht sein. Ich muss aber ehrlich zugeben, dass die Androiden, also das Alien ist schon, ähm, mega gruselig und so und, ähm, aber die Androiden, die nerven einfach wirklich nur. Die nerven wirklich nur. Weil man die halt auch so schlecht töten kann, nur. Öffnen Sie das Sicherheitsgitter der Galerie. Ja, und wie? Ah. Der weiß aber schon, dass ich auf der Seite stehe und nicht auf der da. Ist das dein Ernst? Ist das hier vielleicht offen zufällig? Nee. Hä? Oder vielleicht schaffe ich, dass die das aufmachen können. Hallo? Willst du mal aufmachen? Mach mal auf hier. Komm. Ah, hier. Nee, der tötet uns ja total. Wenn wir jetzt da... Oder was macht der? Ach, ich weiß, was der macht. Geil, der fährt jetzt hier hinten rein, wo dieser Schacht ist. Und da müssen wir da auch rein. Das ist ein Thema. Ich bin vor, dass wir nicht mehr durch irgendwelche Lüftungsschichte klettern müssen, nicht kleckern. Oh mein Gott, das Alien ist hier. Genau vor uns. Nein. Okay. Dann halt. Was haben wir hier? Leider kein Flammenwerfer. Das geht auf. Was weiß ich da gerade noch? Guck mal, was haben wir hier noch? Wir haben einen Taskform, einen Sensor gefunden. Jo. Nice. Medikids kann man immer brauchen. Und den kann man nie genug haben. Können wir noch eins bauen? Ja. So. Jetzt haben wir erst mal wieder drei Medikids gebaut. Aber wir haben nur den, wir haben nur den Weg. Ui. Ich frage mich halt wirklich, wie lange das Spiel geht. Weil ich habe andere, ähm, ähm, Playlists gesehen auf YouTube. Die haben zum Teil 40, 50 Parts. Dann hätten wir ja gerade mal die Hälfte hinter uns, meine Freunde. Das konnte es ja, konnte es ja nicht sein. Ich glaube doch, das Alien ist schon tot. So. Bauplan eingesammelt. Für was? Was hat Bauplan eingesammelt? Wie kann man denn was bauen? EMP stand da. Eine EMP-Mine. Hört sich nur geil an. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das macht irgendwie ganz groß Boom. Das ist so ein Ding, was man am Boden legen kann. Wenn da einer drauf tritt, macht es Boom. Glaube ich. Oh, Flammenwerfer. Unsere Taschenlampe könnten wir eigentlich auch mal aufladen. Ich weiß aber nicht mehr, wie man die auflädt. Hätte ich mal am Anfang beim Tutorial besser aufgepasst. Ähm, was wollte ich? Flammenwerfer, genau. Ich tue den mal schnell aufladen hier. Aber 25 wissen wir ja noch von den letzten Parts. Reicht nicht, um das Alien zu verscheuchen. Man braucht mindestens bis jetzt, vielleicht später sogar mehr. 50. Ich nehme auch den Revolver erstmal. Wenn, dann tue ich jetzt mal den verbrauchen. Ich muss hier lang, ne? Ja. Äh. Ah ja. Sind jetzt die Typen jetzt da? Ich bin jetzt mal lieber ein bisschen vorsichtig. Ich habe schlechte Nachrichten. Etwas stimmt nicht mit den Androiden. Mit den Androiden stimmte was nicht, seitdem ich hier angekommen bin. Nein, das ist was anderes. Sie haben ihre Posten verlassen. Ich habe eben einige von ihnen in einem öffentlichen Bereich entdeckt. Das ist nicht normal. Super. Passen Sie auf sich auf. Ach man, ich hasse Androiden, man. Ohne Scheiß. Das regt mich richtig auf die Viecher. Ey. Wie komme ich denn jetzt da hin? Ich muss ja irgendwie hier rüber. Hier ist aber kein Verbindungsschacht. Oh. 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 Geht hier irgendeine Tür auf? Nö. Ähm. Hier könnte ich lang. Wieso sieht man den Durchgang hier nicht auf der Karte? Ich habe ja eigentlich die Karte freigeschaltet. Das verstehe ich jetzt nicht. Was ich will, ist Flammenwerfer-Munition. Ganz, ganz viel. Hier könnte ich auch lang. Aber erstmal gucke ich, was hier ist. Oh. Speichern wir? Natürlich, jetzt wo kein Alien da ist, speichert das alle 20 Meter. Oder kann man alle 20 Meter speichern? So. Ah, das scheint eine Bar zu sein oder sowas. Ich habe hier überall diese Kisten rumstehen. Aber kein Flammenwerfer. Quatsch, will ich nicht. Lass mich in Ruhe. So. Nein. So. Da haben wir noch irgendwas liegen. Guck mal. Immer ein bisschen umgucken. Manchmal findet man ein paar coole Sachen. Oh. Oh. Ich weiß nicht, wann das hier jemand hört, aber irgendjemand muss Aufzeichnungen in den Talasten. Und ich weiß nicht, äh. Ich kam vor einigen Monaten hierher, um über den Zusammenbruch eines Traums zu schreiben. Das Schiefgehen einer Zukunft. Ich habe die Menschen hier als bloße Fünfnoten zu meinem Artikel angesehen. Etwas herzverreichendes. Als die Leute dann zu verschwinden begangen, war ich auch zu mir vor Freude. Das war eine große Sache. Aber jetzt. Und die Menschen verängstigt. Was ist mit den Androiden los? Ich habe keine Ahnung. Und was ist mit der Enderung der Gefahrenstufe? Verdammt, ich habe keine Ahnung. Ich versuche Samuels zu kontaktieren. Vielleicht weiß er, was zum Teufel Apollo hier anstellt. Okay. Also irgendwas ist mit den Androiden los. Die befinden sich ja angeblich in den öffentlichen Bereichen, hat er ja gesagt. Ausweiskarte. Kann man sicher brauchen. Und was haben wir hier noch? Irgendwas? Nö. Doch, da war da. Ah, da kann ich nur Radio ablassen. Das brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Ah, ein Generator. Den bringen wir mal zum Laufen. Oder war das nicht so den Androiden, wenn man den in den Kopf schießt, dann sterben sie? Bastard! Oh oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die kommen. Halt, warte, ich will doch... Quatsch. Hä? Bin ich gestorben? Kann das sein? Nein, oder? Ich bin... Ich kann nichts drücken, ich bin gestorben. Ich bin, glaube ich, gestorben. Okay, ja gut, ich habe ja gerade abgespeichert da hinten. Warte, was war denn hier noch zu holen gewesen? So. Also nochmal jetzt da reingehen. Was ist mit den Androiden los? Ich habe keine Ahnung. Und was ist mit der Änderung der Gefahrenstufe? Verdammt, ich habe keine Ahnung. Ich versuche Samuels zu kontaktieren. Vielleicht weiß er, was zum Teufel Apollo hier anstellt. Hätte er mich schon einfach getötet. Ja, wer rechnet da auch damit, dass die gerade hinter der Tür stehen? Das fand ich jetzt ein bisschen unfair. Klar, ich könnte jetzt die Pumpgun benutzen, aber die würde ich mir gerne aufheben. Wobei ich die Pistole eigentlich fast... Na, ich will die Pumpgun wirklich aufheben. Hört ihr das? Da hat er in einem rumgeschrien. Oh. Nein. Wo muss ich lang? Gut, okay, ähm, den hätte ich vielleicht gar nicht töten sollen. Oh, oh, ich sitze in der Falle. Okay. Ähm, hier komme ich nicht lang. Sag nochmal Karte. Und die ist nicht offen. Also, komm her, du. Ja, das funktioniert. Komm, schau mal. Okay, das funktioniert. Mit der Pumpgun kann man die anscheinend töten. Oh, Gott sei Dank, ey. Ich hasse Androiden. Ich hasse die Viecher. Wer sich die ausgedacht hat, ey, der ist dumm gewesen. So, der ist dumm gewesen. So ein Kleinkind. Alter, ich sehe dich. Bist du dumm? Soll ich den töten? Ich habe nur noch zwei Schuss. Ne, ich hebe mir den lieber auf. Was haben wir hier noch drinnen? Ah, da habe ich da schon reingeguckt. Uh! Nein, der lebt noch! Wo muss ich lang? Hä, wo bin ich denn hier? Ach, ich muss auf die andere Seite. Gut. Okay. Ne, warte, wir haben ja volle Energie. Das Ding will ich mal benutzen jetzt hier. Alles gut, alles gut. Warte, wo müssen wir denn lang? Ich glaube, wir müssen wieder hoch. Ne, die Tür ist jetzt zu hier. Heißt, wir sind hier schon richtig. Da, wartet mal. Hier steht die Tür da hinten. Ist die offen? Warte mal. Was haben wir hier noch? Ah, da habe ich schon reingeguckt. Hä? Bin ich jetzt vollkommen blöd? Hä, warte mal, warte mal. Hier muss doch jetzt irgendeine Tür offen sein. Wenn die da oben zugegangen ist, kannst du mir noch nicht erzählen. Kann man da hinterspringen oder sowas? Ach, guck mal hier. Ne, da komme ich nicht rein. Hallo? Wo muss ich denn lang? Hätte ich den nicht töten dürfen? Und der hätte die Tür aufgemacht, oder was? Bin ich jetzt vollkommen blöd? Sag mal, Karte. Da hat es zwei Türen. Die ist zu und die auch. Ich kann dir fast nur vorstellen, dass ich hier durch eine von denen muss, weil wir ja erhöhten müssen. Oh, da hätte ich den jetzt echt nicht töten dürfen. Nein, das kannst du mir ja nicht erzählen. Ah, die geht auf die Tür. Ja, wer... Ich sage jetzt einfach gar nichts. Das war jetzt wieder richtig dumm gewesen. Und nicht mal wirklich von mir. Okay. Ich gehe erst mal nach oben schnell. Ich renne jetzt mal lieber nicht. Ich habe halt auch keinen Bock, dass wir da Androinen begegnen. Androinen begegnen? Geht die auch auf? Im Kurs, ein paar Türen gehen auf und ein paar wieder nicht. Geil. Sag mal her. Ah, jetzt hat es geladen. Guckt. Okay. Ich glaube, hier mal. Ja. Nee, nicht wirklich. Die Tür geht nicht auf. Dann war das wirklich nur hier oben um... Ah, doch, die geht auf. Ah, nee, von hier sind wir gekommen, gell? Ja, von hier sind wir gekommen. Sag mal, Karte. Hm. Gut, die Tür ging jetzt wirklich nicht auf. Also gehen wir nach unten. Ah, nee, von hier sind wir nicht gekommen. Ah, das ist ein Androide. Wollen wir ihn töten? Ich töte den. Komm. Ähm. Scheiße. Schneller. Schneller. Äh. Ja, ist doch nicht dein Ernst. Oh, Mann. Ah, du Bastard, Alter. Ich muss ja gedrückt halten anscheinend. Mach. Oh, Gott. Jetzt habe ich mich so dämlich angestellt. Unglaublich. Geil. So viele Schüsse jetzt für nichts. Ich hoffe, die haben wenigstens Munition. Ja, ein bisschen haben sie gehabt. Und der für die Pumpgun? Nee, einfach nur ein bisschen Revolver-Munition. Aber gut, komm. Wieso macht der eigentlich immer nur zwei Schüsse? Ah, es gehen maximal sechs. Okay. Richtig ärgerlich. Was ich jetzt hier angestellt habe. Aber gut, wir haben überlebt. Das ist die Hauptsache. Oh, Flammenwehr-Munition haben wir auch noch gefunden. Hätte ich nichts dagegen, wenn wir noch mehr finden würden, weil den brauchen wir später. Das ist garantiert, den brauchen wir. Ah, hier hat es ja nicht viel. Hä? Keep out. Nein, ich bleib nicht draußen. Kann man hier irgendwo runter? Auch nicht, ne? Geht die auf? Ja. Was haben wir hier noch? Irgendwo kann man speichern. Hier, ich höre es doch. Sexy. Tun wir mal speichern. Was sagt denn die Zeit? Leute, wir sind ja schon bei 26 Minuten, 27 Minuten angekommen. Hey, ich muss den Part beenden. Tut mir mega leid. Ich hoffe, euch hätte etwas ruhigeren Part heute gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein positives Feedback wie immer befreuen. Äh, befreuen. Ein positives Feedback freuen. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid auch, ähm, morgen? Ja, ich glaube, morgen in den nächsten Alienpart durch. Ich bin jetzt mit, ähm, ähm, Elena fertig. Das heißt, ich hoffe, ihr seid morgen beim nächsten Part auch dabei. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, haltet die Ohren steif. Euer Nier und ciao. Euer Nier und ciao.